Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Krypto Analysen. In der heutigen Folge schauen wir uns an, wie viele institutionelle Investoren bereits in Kryptos investiert sind. Wir schauen uns das neue deutsche Börse Bitcoin Produkt genauer an und dann noch News zu IOTA. Aber bevor ich loslege Leute, heute Abend 19 Uhr wieder Livestream und zwar werden wir uns Ethereum 2.0 anschauen. So ein bisschen die Details, was ändert sich, was bringt es, ist es ein gutes Investment etc. Also heute Abend 19 Uhr der Livestream. Springen wir gleich in diese erste News Story und zwar geht es darum, dass Fidelity eine Umfrage gemacht hat. Und Fidelity ist einer der größten Vermögensverwalter in den USA. Und die haben eine Umfrage gemacht, bei welcher herausgekommen ist, dass etwa ein Drittel aller Institutionellen oder halt Institutionellen, die sie befragt haben, bereits in Kryptos investiert sind. Das ist eine relativ hohe Zahl. Das sind also etwa 27 Prozent der 441 Institutionen, die sie befragt haben. Und das ist immerhin schon höher, 22 Prozent höher als letztes Jahr. Interessanterweise sind in Europa die Hälfte der europäischen Institutionellen bereits in virtuelle Assets, also digitale Assets investiert. Und das ist grundsätzlich ein gutes Zeichen. Interessant auch, dass Bitcoin natürlich, wie zu erwarten war, der Platzhirsch ist und 11 Prozent noch Ethereum haben. Ich denke, bei den Institutionellen ist so eine Sache, wir haben lange seit 2017 immer wieder gehört, jetzt kommen die Institutionellen, jetzt kommen die Institutionellen und die werden dann die nächste Stufe erreichen, beziehungsweise Bitcoin wird den nächsten Preisrekord erreichen. Ich glaube, das wird nicht so binär ablaufen, also von heute auf morgen einfach heute 0, morgen 100.000, sondern ich glaube, das ist so ein bisschen ein Prozess und das Interesse wird auch steigen. Das heißt, wenn jetzt, sagen wir, ein Vermögensfonds nur 0,5 Prozent in Bitcoin investiert hat, wird das vielleicht morgen 1 Prozent sein. Und in zwei Jahren landet plötzlich 3 Prozent, etc. Und so wird die Nachfrage langsam, aber sicher, zumindest bei den Institutionellen steigen. Ich glaube aber nach wie vor, dass es auch Retail-Investoren, also Investoren wie dich und mich, braucht, um Kryptos auf die nächste Stufe zu bringen. Ich glaube, da muss wirklich noch ein Interesse ähnlich 2017 wiederkommen. Natürlich nicht vielleicht mit dem gleichen Hype-Cycle, aber wirklich so mit einem gewissen Interesse, dass man, dass der Glauben in das Produkt oder in eben digitale Assets vorhanden ist, wiederkommt. Und als nächste New Story schauen wir uns die deutsche Börse an, beziehungsweise ein sogenanntes ETP-Produkt. ETP steht für Exchange Traded Product und ist etwas ähnliches wie ein ETF, mit dem Unterschied, dass beim ETP quasi nur ein Produkt gelistet wird und nicht wie beim ETF halt mehrere Produkte. Wobei ich eben auch schon Gold-ETFs gesehen habe. Es würde mich da der Unterschied ein bisschen interessieren natürlich. Ich glaube eher, man will das rein regulatorisch, nicht ETF nennen, weil es dann ein gewisses Risiko darstellen könnte, weil die Leute sich eben ETFs eher gewohnt sind. Ich bin mir aber nicht ganz sicher natürlich, würde aber sagen, dass ein ETP an der deutschen Börse grundsätzlich etwas Gutes ist. Jetzt wird an der deutschen Xetra, im Xetra-Markt in Frankfurt entsprechend ein Bitcoin Exchange Traded Crypto, so heißt das Produkt, eine Art, nicht derivativ, aber eben ein Produkt, das basierend auf Bitcoin ist. Man kann grundsätzlich dieses ETP dann eintauschen gegen Bitcoin, das ist natürlich mit ein bisschen Aufwand vorhanden. Aber Ziel wäre es, dass man eben auch Investoren in den Markt bekommt, die sonst kein Bitcoin kaufen könnten, wollten, wüssten wie, etc. Von daher glaube ich, dass es grundsätzlich etwas Gutes ist. Ich glaube jetzt nicht, dass hier die große Masse kommt. Wie gesagt, wie bei den Institutionellen, wir brauchen da ein bisschen mehr Entwicklung, bevor wir hier wirklich etwas zu sehen bekommen. Und als letzte News-Story, IOTA bringt ein Software-Update Hornet oder ein Knotenpunkt-Software-Update Hornet raus. Grundsätzlich ist das noch ein Vorschritt für Chrysalis. Chrysalis soll dann zusammen mit der Hornet, soll dann für Chrysalis eigentlich die Skalierbarkeit verbessern und ultimativ natürlich den Coordicide einführen, sodass dann IOTA wirklich ein dezentrales DLT-Netzwerk wird. Ihr wisst, Stand heute gibt es immer noch diese sogenannten Coordinators, die effektiv auch, ich sag mal, IOTA entsprechend wie managen auf eine gewisse Art und Weise. Und das bedeutet eben auch, dass es nicht komplett dezentral ist. Trotzdem aber ein interessantes Software-Update. Wichtig auch, also nebst den Leistungsschub und den Skalierbarkeits-Updates, die es gegeben hat, ist eben auch ein Sicherheits-Audit gemacht worden, sowie ein Stresstest. Ihr wisst, Anfang des Jahres hat es da bei IOTA zum Hack des Trinity Wallet geführt. Und das hat natürlich einige IOTA-Investoren verärgert. Und das waren wirklich, ich glaube, ein oder zwei Wochen konnte man das Wallet nicht richtig brauchen. Das ist natürlich eine relativ lange Zeit, bis man das Ganze gefixt hatte. Es wurden auch Gelder gestohlen, aber ich glaubte, auch IOTA hat da entsprechend die Gelder dann irgendwie wieder zurückgegeben. Nichtsdestotrotz ein interessantes Update. Falls ihr also einen Knotenpunkt am Laufen habt, wäre Hornet das nächste Update. Das wär's von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast, abonniert auch den Newsletter. Hier werde ich wirklich jede Woche, einmal pro Woche, euch ein Update geben, weitere Analysen, weitere Fragen beantworten, etc. Ansonsten sehen wir uns heute Abend, 19 Uhr im Livestream. Wir analysieren Ethereum 2.0 zusammen. Wir sehen uns heute Abend oder morgen wieder. Macht's gut und bis dann.